Ich wünschte mir schon länger schöne, weisse und ebenmässige Zähne und habe mich deshalb auch über die verschiedenen Veniertechniken informiert. Als mir mein Zahnarzt dann von der neuen Komponiertechnik erzählt hat, war ich sofort begeistert. Die Behandlung selbst war dann tatsächlich auch schmerzfrei und in der kürzesten Zeit hatte ich meine schönen, weissen Zähne. Mein Umfeld hat sehr positiv reagiert. Es haben mich viele Leute auf mein strahlendes Lächeln angesprochen. Ich selbst fühle mich auch viel selbstbewusster. Ich lächle viel mehr und auf Fotos gefalle ich mir nun auch viel besser. Das war's gut. Ja, das war's gut. Ja, das war's gut. Genau. Ja. Dankeschön. Gem . Bis zum nächsten Mal.